Willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Odyssey. Wir erklettern gerade das letzte Stück zu der Festung hoch, wo wir noch die eine Quest von Alcibiades haben. So, okay, das war noch nicht die Festung. Toll, gut. Jo, dann wechseln wir hier gleich direkt mal in den Icarus. Okay, gut. Ich sehe da zwar nichts, aber was soll's. Ein bisschen weiter ranfliegen. Kein Soldat, okay. Sonst noch irgendwo jemand? Oh, da klettert noch einer. Gut. Wo beginnen wir? Ich würde sagen, wir rotzen erst mal den da weg. Um das hier mal in Fäkalsprache auszudrücken. Und was haben wir denn alles? Okay, das reicht noch nicht. Wie sieht's hier aus? Ne, ist auch zu wenig. Jawohl, und da haben wir ihn verheizt. Sehr schön. Hei, 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 hei. Ja, eine Möglichkeit, wie man's nicht macht. Hier werden Sie besonders wachsam sein. Ja, was ist das für ein Geräusch? Mach mir bloß keinen Ärger hier. So, da war das schon Nummer 1. Hier in der Ecke mal still und heimlich hochklettern. Geht nicht, oder wie? Doch, hier. Dann haben wir da drüben noch einen. Lieber mal ein bisschen um die Ecke. Wie sieht es hier aus? Hier steht keiner. Gut, Nummer 1. So, da haben wir den nächsten. Aber das ist eine PAD, den lassen wir einfach mal so stehen. Der guckt da zu dem Turm hoch. Okay. Ich versuche gerade eine Herangehensweise zu finden, ohne dass da oben hier das Ding angezündet wird. Sonst stehen gleich wieder Kopfgeldjäger und Zöldner da und das brauchen wir ja nicht. We don't need this. Die Frage ist... Okay. Burn! jetzt da war gut Wie, wo, was? Ah, hier ist noch einer. So, erstmal hier auf der Mauer, auf der Lauer. Oh, da haben wir ja gleich direkt alles mobilisiert. Ich glaube, da brauchen wir ein besseres Versteck. So, wie es aussieht, kommt ein Teil von denen raus. So, der steht da oben, guckt er runter. Wie sie alle gleich spitz werden hier. Hier kann man nicht hochklettern, wirklich. An jeder Mauer kommt sie hoch, aber hier, ne. Geht nicht. So, jo. Dann müssen wir das Päckchen abgeben. Die kommen jetzt hier wieder hoch, oder? Lauf einfach weiter. Einfach weiterlaufen. Oder umdrehen. Ja. Weise Entscheidung. Oh! Aaag. Oh! Oh! Oh, oh, oh. Jo, geschwächt ist auch schon mal zu unserem Vorteil. Dann braucht das im Nachhinein nur noch ein paar Hits. So, dann bringt jetzt hier noch einen mit oder was? Oh, oh. Ruhe. Gut. Dann wieder hoch in den Turm, sofern uns hier keiner sieht. Wo steht er denn, der gute Mann? Oh, haben wir verfehlt. Ja, so weit runter will ich jetzt auch nicht. Hoch, kletter doch hoch. Wo liegt denn das Problem? Mensch. Jo, hier kommt wieder die ganze Bande. Jo, hier kommt wieder. So, da hinten, der ist auch weg. Die fusseln hier alle noch rum. Der Anführer pennt sich ein. So, da hinten. So, da hinten. So, da hinten. Keine Pfeile mehr. Ja. Oh, dann bauen wir schnell direkt ein paar. So. So. Das war's mit ihm. Nein, 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 nein. So, hier kann uns keiner sehen. Aber wir haben hier schon mal ein paar vergiftet, ein paar angehittet. Das ist schon mal ganz gut. Was? Die kommen jetzt wirklich... So, such du weiter. Stehe unten. So. Kann alle wieder gehen, bitte. Vielen Dank. Oh je, da einer ist hier. Hm. Toll. Danke. 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 Wir hauen jetzt einfach rein was wir haben. also wo bist du jetzt Na, wo bin ich? Gut. Der eine liegt irgendwo da unten wahrscheinlich. Wie sieht es hier mit der Verstärkung aus? Aha. So, hier liegen genug Tote rum. Wollen wir hier mal schnell einsammeln. Sofern wir hier was einzusammeln haben. So, wir haben Schuhe. Hier liegt nur noch sein Schild. Hier haben wir noch eine Waffe rumliegen. Den braucht er jetzt auch nicht mehr. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Jo, das wissen wir bereits. Und wieder keine Pfeile mehr. Ja, tufte. Jo, das gucke ich mir später an. Oh, das gucke ich mir. Ich bin nicht so groß. Ich glaube, das gucke ich mir. Halt den Sabbel. So, durchsuchen. Dahinten stehen noch welche. Mal sehen, ob wir hier schon... Aha. Oh, hier irgendwo. Da unten. Ja, uninteressant. Oder doch nicht. Ein Haufen Leder. Gucke ich mir nachher an. So, hier haben wir aber alles entdeckt. Nehme ich mal an. Drei Kriegsvorräte, zwei Befehlshaber, ein Polymarchen und fünf Schätze. Eins, zwei... Zwei Schätze habe ich. Cool. So. Fehlt immer noch einer. So, und hier geht's abwärts. Gibt's hier irgendwo eine Mine oder in den Berg? Wir finden das Haus. So. 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 Komm hoch. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ok, das hat nicht so gut geklappt. t und künftel nicht und dort kicken ja und und wohl hat es zerlegt Gut, den Befehlshaber haben wir. So, dann gehen wir hier die Reklammer runter, nehmen wir schon mal den ersten Schatz mit. Hier gibt es noch was zu plündern. So. So. Da unten gibt es noch einen Schatz. Hier schön immer alles mitnehmen. Gehen wir hier raus, hier hoch. Den dürfen wir aber auch. Oh. Oh. Na, wo ist sie denn? Ah, ich liebe die Versteckspielchen. Jo, das wäre keine doofe Idee. Bei Pfeilen immer Deckung suchen. So, wir gehen hierher. So, wir gehen hierher. Ja. Nein, ich bin nicht weg. So, der eine steht immer noch da unten, oder? Was ist mit dem? Ah, der kommt da. Wo ist jetzt der Drecksköter? Keine Ahnung. Ich hätte gerne, dass du hier rüberkommst. Jetzt meint er, er muss Steine werfen. Versteck ihn. Du, jetzt hast du Schild. So, das war mal der Polemarch. Was ist, der lebt noch? Wie? Wie mache ich die Zwischenrups? Wie würde ich gerne aus. Hier isolating. Ja, ich möchte zwei F만 langer Blatt nach oben setzen. Ich applications ihr Schild schon. So, Ladies, drauf. Gut, das war's mit dem. Okay, der hört uns nicht. Er hört uns doch. So, wir müssen da für die Quest zu der Tür. Nicht brennen. So, dann haben wir eigentlich nur noch den da und da möchte ich mal das Anheuern versuchen. Das versuche ich ein anderes Mal. Nehmen wir ran hier. Ja. Doch, bin ich. Neue Quest. Ich sterbe, wenn du sprichst. So. Haben wir da noch einen Schatz und hier noch Kriegsvorräte. Ah, hier. Gut, da haben wir noch die Truhe. Hier haben wir ein Bärchen. Und ne Quest. So. Hm. Hm, hm, hm. Das haben wir. Das sind Schlachten. Aha. Hier haben wir. Hier gibt's noch die Hirschkuh. Ich sterbe, wenn du sprichst. Jawohl. Als Teil ihrer Reise. Als Teil ihrer Reise oder womöglich auch nur, weil ihr an jenem Tag der Sinn nach Gewalt stand, brachte Kassandra zufällig einen Auftrag zu Ende. Sie musste nur noch ihre Belohnung abholen. Sprich mit dem Philosophen. So. Wo ist der gute Mann? In die Richtung. Alles klar. Wir haben hier aber noch die Quest. Dich habe ich nicht erwartet. Was willst du? Das ist für dich. Dann gib her. Soll das ein Scherz sein? Das ist ein Abguss von einem Schwanz. Was steht da? Für deine Frau Telia, falls sie mich vermissen sollte? Raus damit. Wer hat das geschickt? Ja. Kennst du einen Mann namens Diodorus? Diodorus? Dafür zahlt er mit seinem Leben. Ich töte seine Männer. Ich versenke sein Schiff. Er wird bereuen, Telia je angefasst zu haben. Okay. Steht da ganz unbeeindruckt. Wunderbar. So. Dann auf zur Überraschung bzw. zur Belohnung. schon wieder. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wir sind hier, um mit dem Philosophen zu reden. Kann dir eine Söldnerin behilflich sein? Fremder? Da war eine Frau, eine Bewunderin meiner Reden. Sie sagte mir, dass sie sich jedes Mal, wenn sie mir zuhörte, fühlte, als würde sie sterben. Okay. Besser sterben und keine Reden mehr hören müssen. Nun ja. Jemand, der wirklich nur ein Wort für einen Mord braucht, nahm sie mir. Ein Befehlshaber schickte Soldaten den Weber, bei dem sie arbeitete, zu besteuern. Er konnte nicht zahlen. Es kam zum Kampf. Und sie geriet mitten hinein. Genau. Und nun hallen meine Worte leer in meinen Ohren. Aber vielleicht sind sie noch immer totbringend. Wäre dir geholfen, wenn ich den spartanischen Befehlshaber töte? Ja. Er muss sterben. Du weißt es noch nicht? Das wurde schon erledigt. Von mir. Ausgezeichnet ausgeführt. Ich glaube, das gehört dir. Ja, wir nehmen ihn mit. Stark, geschickt und offenbar sehr einfallsreich. Jemanden wie dich kann ich gut auf meinem Schiff brauchen. Was sagst du? Ich führe hier ein bequemes Leben. Kann klare Gedanken fassen. Das kann ich nicht zurücklassen. Gut. Dann nicht. Vielleicht sehen wir uns wieder, wenn Poseidon es will. Und hier oben haben wir noch die Quest von... Ich vergesse immer seinen Namen. Ikebidas oder so irgendwie. Ich habe gerade angefangen, dich zu vermissen. Hast du das Paket schon? Übergehen. Wahr, das hat gedroht Diodorus zu töten als ich es ihm sagte. Ich hatte auch nicht erwartet, dass in dem Paket so ein... Naja... Ist. Eine nette Überraschung, nicht wahr? Ich kann noch einen für dich machen, wenn du willst. Noch einen? Du... Es war meiner, ja. Sah gut aus, oder? Ich musste Diodorus aus dem Weg schaffen und das wird nun erledigt. Manchmal übertreffe ich mich selbst. Wenn du das sagst... Warum überlassen wir das Reden nicht unserem Körper? Du hast sicher dasselbe gedacht, als du meinen Abguss gesehen hast. Nee. Hier? Vor den Göttern? Bringen wir ein Opfer da. Nee. Ich bin nicht interessiert. Eine Schande. Aphrodite hätte es geliebt. Vielleicht ein andermal. Gibt es bei dem Tempel noch Schätze oder irgendwas? Nee. Tufte. Wie sieht es auf der Map aus? Das haben wir erledigt. Hier gibt es auch nichts mehr. Jo. Dann haben wir hier noch... Diese Möglichkeit. Oder auch diese Möglichkeit. Wobei... Das hier erst ab Stufe 33 interessant wird. Von daher... Würde ich sagen... Wir machen uns auf den Weg... In die Sinkgruben des Herakles. Aber... Das sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat... Ein Like wäre toll. Ein Abo wäre noch toller. Und... Jo. Feedback bitte immer gerne in die Kommentare. Und... Jo. Dann bleibt mir ein...